Hallo, mein Name ist Thomas Pfeiffer. Ihr kennt mich von Twitter als Code is Poetry. Ich arbeite unter anderem als Open Source Programmierer. Und diese Offenheit und Transparenz, die möchte ich vom Internet auch in die Politik bringen. Das bedeutet, wir brauchen in Bayern ein Informationsfreiheitsgesetz und ein Transparenzgesetz. Mit so einem Gesetz geben wir allen Menschen in Bayern, auch allen Initiativen, allen Organisationen und Vereinen, das Recht der Regierung und der Verwaltung, Fragen zu stellen. Und die muss dann im Normalfall darauf antworten. Elf Bundesländer haben es schon und es wird Zeit, dass Bayern auch endlich ein Informationsfreiheitsgesetz bekommt und deswegen am 15. September Thomas Pfeiffer auf Platz 22 wählen.